Hallo, ich bin die Martha, ich komme aus Griechenland, habe eine sehr weite Reise auf mich genommen, weil es mir sehr schlecht ging. Ich habe die letzten zwei Jahre mit Makula diagnostiziert und mir ging es ganz schlecht, psychisch, seelisch, physisch, alles war weg. Die Ärzte haben gesagt, dass ich damit leben muss. Es war sehr schwer, vor allem die Sehkraft, die war weg. Und dann bin ich diese fast 1600 Kilometer gefahren, um hier bei der Borsche anzukommen. Ich habe das geschafft, wir waren hier, wir haben drei Sitzungen gehabt und mir ging es schon nach der ersten Sitzung wesentlich besser. Die Sicht war klarer, viel klarer, das Doppelsehen war fast weg. Jetzt haben wir drei Sitzungen hinter uns, mir geht es gut, keine Rückenschmerzen, kein Ohrensausen. Das allgemeine Wohlbefinden ist viel besser, viel klarere Sicht ohne Brille. Ich sehe wieder die Bäume, ich sehe wieder das grüne Gras, ich sehe viel, viel klarer, auch beim Fernsehen. Beim Fernsehen hatte ich eine doppelte, also was geschrieben war, das habe ich alles doppelt gesehen. Es waren zwei Reihen anstatt einer, das ist auch weg. Die linke Gesichtshälfte war zur Hälfte doppelt, eine doppelte Gesichtshälfte. War ganz schlimm, also ich habe die letzte Zeit auch überhaupt keinen Fernseher geguckt und das war alles sehr anstrengend für mich. Und jetzt geht es wieder. Ich bin überglücklich. Großartig. Was ist so deine Botschaft, was möchtest du Menschen mitgeben, die genau unter derselben Problematik leiden? Nein, ja, nicht enttäuscht zu sein, wenn die Ärzte sagen, es geht nichts mehr, da kann man nicht mehr helfen. Man muss weitermachen, die Borschi ist für alle da. Sie hilft allen, wo sie kann, wie sie kann. Sie ist eine ganz liebe Person. Ich bin sehr glücklich, dass ich sie kennengelernt habe, dass ich es geschafft habe, hierher zu kommen. Und war gut. Würde mich auch freuen, wenn du nach Griechenland kommst. Ja.